Hallo liebe Kinder. Wusstet ihr, dass es einen StoryZoo Shop gibt? Hier kannst du mich als Kuscheltier kaufen. Oder eins von Bear Bugs. Oder von Peppa. Wir sind super weich. Und wenn du alle drei kaufst, ist es sogar noch günstiger. Und Bücher. So lernen wir zusammen Englisch. Und schaut mal hier. Ihr könnt alles im StoryZoo Online Shop kaufen. Gehe zu www.storyzoo.shop